Geschenke Geschenke Jetzt wünsch ich dir gute Frau Auf Ja genau Wie hast du das denn jetzt gemacht? Nein, nein Warum? Ist unangenehm Ja Siehst du, wenn man sich nicht aufregt Ey, jetzt hört er grad hin, weißt du? Okay AAAAAAAH Alter Wer ist schon Psycho Andreas, weißt du? Oh mein Gott, das war ja so nett Kannst du den? Äh, ich bin grad zerstört worden Passt mal Schön Oh nice Das erinnert mich an alte Zeiten Oh ja Er balanciert jetzt aufm Kopf so Habe ich schon aufgegeben? Woaaaaaah War das Rückwärtsgang? Da war der Freestyle am Start Echt? Ja Schick, schick Schöne Vorlage BAM Ich hab beide drauf Omae wa mo Hindeiru NANI? Hahahaha Ich wollte angreifen, aber nicht mit uns Hehehe Hehehe Nein, ich könnte wieder wegmachen Ich hab's nicht zu langsam Ich bin halt da wieder Anges... Oh, das war ein Schildgründschon Hehehe Den hätte ich vielleicht, glaube ich, kriegen können. Nice! Kannst du den machen? Jabbel Destruction! Fuss! Wow! Oh, war das eine Kombo-Ettek? Ist da? 144! Nice! Alter! Uuuuh! Alter! Ich muss einfach nur warten. Alter, ich sehe schon. 2020, junge Bundesliga. Uuuuh! Alter! Der Fake! Das war K- Oh, der war Fake! Jawohl! Nee! Oh Gott! Das war kacke! Das geht nicht so. Ja! Hattel doch, Jan, das für den. Das kam mal bevor ich den Satz ausgesprochen habe, ey! Wenn man sich nicht aufregt... Ey, jetzt hört er grad hin, weißt du? Okay. ARD Text im Auftrag von Funk